ja schilders ja ja eigentlich könnte ich jetzt noch schluss Ich glaube da trainiere ich jetzt noch nichts mehr. Schwertergeklärt? Nein. Hat denn schon jemand anderes begonnen ihn zu bekämpfen? Kommt, wir müssen in jedem Fall helfen. Aber welcher Idiot will gegen einen Götterdrachen kämpfen ohne einen Drachentöter-Artefakt? Mhm, total verschwinden kann. Weg! Verrichtet keine Blüten. Körper. Kann ich mir gegen mich stehen? Nein, ich hab's doch noch gewusst. Gut. So, Körperreinigung. Die kann gleich weg. Ah, die Vergiften genommen, die Waffe locker auf. Geistreinigung. 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 Oder ein Steinrach. Versteinerung. Geistreinigung. Ah, ja. Dann schmeiß ich, glaub, eher mal... Vergefleinigung. Die Geistreinigung. Ja, komm, die kann weg. Denn das, was ich hier habe, wird mir gleich sehr helfen. Das ist, glaub ich, Geschwindigkeitssenkung. Gut, was haben wir jetzt von diesen vielen Stärken? Liste. Wir haben davon jetzt... Einmal... Stärke steigern. Äh, die Stärke für drei Runden. Ja. Geschwindigkeit steigern. Auch sehr schön. Hebt die fiesischen Angriffe für drei Runden auf. Auch sehr schön. Körperreinigung kann man vergessen. Auch sehr schön. Und halbe Agilität für drei Runden. Das heißt, der Gegner ist nicht so schnell. Und das ist wunderbar. Wunderbar. Gut. Legen wir los. Ihr könnt jetzt zurückgehen. So würde niemals jemand denken. Ähm... Kann ich mich einen Moment entschuldigen? Du bist die Vertreterin der Wingelis. Komm schon. Gehst du zurück in den Wald, dich verstecken? Hey, hey. War nur ein Witz. Wenn ich es kann, dann kann ich es auch. Wenn ihr es guckt, dann kann ich ja auch. Ich habe mich entschieden. Na, jedenfalls. Wenn die Leute von Seria das hier mitbekommen, würden sie alle aus dem Latschen gucken. Dann mal los. Hm? Oh, was zum... Leute! Es ist früher, als ich dachte. Oh. Tja. Das ist der künftige König der Drachen. Selbst mit dem Drachentöter, der genau zu diesem Zweck geschaffen wurde, war er ein harter Brocken für mich. Aber jetzt ist er fast tot. Ihr braucht euch nicht mehr zu bemühen. Willst du damit sagen, du hättest gegen den Götterdachen gekämpft? Du hast das Siegel des stärksten aller Drachen geöffnet. Aber du konntest ihn nicht beherrschen, nicht wahr? So war es doch, oder? Warum redet ihr so viel? Wir können diesen Mann jederzeit töten. Hehehe. Jetzt müssen wir zuerst den Götterdachen erlegen. Die heilige Schwester von mir ist es so. Ich sehe den Ersatz für dieses Mädchen. Wie bequem für uns. Ruhe! Der Götterdach ist so cool. Der hat eigene Sequenzen verdient. Was ist kaputt? Jaaaa! Es geht los. Götterdacher. Party, Party, Götterdacher. Hm. Dachblockierstach. Hui! Jetzt wird die auch, wie es ausgesehen hätte, hätte ich beim großen Juwel Dach eingesetzt. Und der ist kaputt. Und da. Du hast ihn kaputt gar nicht mehr. Anges und dafür Kraft des Götterdachen und Dragoon verringert. Schlecht. Jetzt ist er sauer. Was ist sauer da? Er darf kommen heute. Hm, ja. Okay. Okay. Sorry. Gut. Ähm. Beginnen wir gleich später. Nee. Noch nicht. Er hat göttliche Kanonen, Götterdacher und göttliche Kugel. Ähm. Ich glaub die Kugel zuerst. Ich glaub die Kugel zuerst. Ach, wo schreib ich mich ja schon. Funken Dynamo! Jawoll, Funken Dynamo! Da Mist. Zusatzverhauen mal wieder. Oh oh. Schlecht. Das ist jetzt. Ähm. Dieser Angriff verursacht göttliche Kugel, sag ich jetzt mal. Wenn ich die vernichte, dann kann er. Woho. Fuck. Hashell reißt fast auseinander. Ach du Heiliger. Wie? Hashell, du bist schwach. Nein. Ah Mist. Du hast ihn. Was ist denn das? Ja, schon auf Geld. Sorry. Ja. 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 Jetzt setz ich mal speed down und. Die haben müssen wir. Ah ah. Was kommt jetzt? Das ist glaub ich der starke Feuernander. Das ist auch relativ erschön. Das hätte 500 Schaden und Hashell gemacht. Ich glaub ich. Gut, die Kugel ist weg, das hat die Raub durch die Haare geworfen. So, und du heilst dich am besten. Und dann Spita und alle anderen Kramen. Das ist keine Ahnung, aber nicht. Das sind die Kugel, aber ich habe die Kugel auf den Kopf. Was ist das, was ich mache? Das ist eine Ahnung, die Kugel war. Die Kugel hat man sich zu verletzen, sie hat sich zu verletzen. Mit einer Ahnung, die Kugel hat sich zu verletzen. jetzt auf kommende Geschwindigkeit steigern da sonst einer der Lange Serien ist sag ich jetzt mal so und Dart du Stärke steigern auf dich selbst fährt 3 runter stark gut vorbei so greifen an ah Mist, es wird vielleicht auf die Kanone geht doch